Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tech It Light. Ja, mit dabei, David, Tony, Terrorist und deinem 85er wieder. Ja, bin ich. Wir sind immer noch am Anfang von Tech It Light. Genau. Ich liebe es, mit Chapek und Shader zu spielen. So, der große Mautbaum hier vorne kann weg, ne? Äh, ähm, nein. Terrorist das ja. Naja, nicht der Baum, der daneben ist, sondern der einzelne Baum, der hier steht. Das ist gar nicht. Tony, auf welchen Baum wollen wir mal gehen? Mit doch den großen Baum hier. Ja, der große, wo du gerade stehst, der kann weg, hier. Okay, gut. Wollte ich bloß mal wissen. Shit, da oben ist noch zu viel übrig geblieben. Oh, ich kann nichts machen. Diese drei fetten Bäumeier. Ja, da bauen wir hier irgendwo drauf. Bäumerschönes Mal. Du musst es eben vorm Feld anlegen, aber ich weiß nicht wo. Du meinst, hast du Kupfer reingegeben? Hier hinter, hier hinter, im hinteren Bereich. Ne, da ist auch so viel Sand. Warte mal, ich mach schon mal ein paar Leitern, Tony. Ja, ja. Ähm, dann hier, war doch kurz hier drüben. Komm, folg mir mal, Yoshi. Warte, ich hab schon ein Plätzchen. Von Tony. Joshi, wie findest du den kleinen Steg, den ich gebaut hab? Schön. Schön, wir haben eine Sommerresidenz. Schön, schön, schön. So, oh, Kupfererze. Ich hab Knochen, also wir haben... Ich hab 36, leider, ich denke mal, da kommen wir zur Rande. Ja, Plätzchen, ich hab muss durch. Genau, arbeitet mit der Axt. Nein, nicht so viel. So, und wo soll das Haupthaus hin? Ähm, gute Frage, ja? Wollen wir auch aufs... Wollen wir auch mit denen da oben rum? Nein, nix, Baum. Tony, direkt da runter. Oh, das ist ja... Das ist ungesund, bitte, ich kann es nicht mehr hoch. Direkt da runter. Weil die Körper massiv sind. Brauch essen. Ja, eben. Wo hast du das Feld jetzt angelegt? Da drüben. Wir haben schon unsere ersten kleinen 3-Boot-Rubout-Piece platzt. Hast du die hoch? Hinter dir liegt die hoch. Alles klar. Ich weiß nicht, ob der Schäder drin bleibt, oder ob ich überhaupt mit Schäder spielen soll. Schreibt's in die Kommentare. Soll ich ne Fackel unter dem Blau-Platz hin? Dann brennt's. Das ist doch. Dann hätt ich ja auch ne so komisch gefragt, du. Ich verhungere. Der Hoher sagt. Shit. Mein Bett ist... Könnt ihr meine Sachen mal einsammeln? Unten im Bergwerk da? Äh, Tony? Müssen wir jetzt erstmal ein bisschen begradigen, oder? Das ist ja eigentlich für Treu-Bäume. Wo? Rubber. Okay. Wo bist du hingegangen? Ich bin zum Anfang der Welt. Da beim Bett abgebaut wurde. Dann trepete ich doch her. Einmal darfst du. Solange wir noch kein Bett haben. Okay. Das war so dunkel da drin. Wo ist denn die denn jetzt eigentlich? Ja, ich hab's da ne Fackel reingehauen, also. Ich hab ruhig rum mit bei dir umhauen. Wer hat meine Sachen jetzt eingesammelt? Niemand, die liegen da mittendrin. Oh, so. Der Wurzertler wieder aggressiver. Hä? Ich kann... Da muss er direkt hinter mir gewesen sein. Ja, wir müssen wieder panelieren. Ja, da muss er direkt hinter mir gespawnt sein. Oh, geil, oh. Was denn? Das lieb passt. Ich hab Eisen. Ah, halleluja. Ach, stimmt. Ich kann ja mal Musik anmachen. Keine, für die Idee. Ich hab ne Höhle. Ich hör aber was. Aber trotzdem, man muss ja gar nicht mehr. Wenn man nicht echt nicht mehr muss. So. Wow, wie viel Eisen? Bisschen verarschend. Ist gut so, also wenn wir Eisen haben, dann können wir... Na ja, das ist sehr gut. Bei Kohle Problem haben wir auch keine mehr. Ach, du, der schön steil. Ich will ja jetzt nicht die Sirene spielen, ne? Aber es ist auch ein Untergang. Ach, komm. Wir sind in der Hölle, da passiert nix. Das ist nicht so schlimm, wo es auch kein Gehirn ist, sind sicher. Das ist doch mal was Gutes, dass ihr beiden sicher seid. So, ich muss mir trotzdem mein Bett aufbauen. Ich muss mich wenigstens noch kurz verabreden. Wo haben wir denn eigentlich unseren Aufgang? Den nimmer. Fuck. So, jetzt gehen alle schön schlafen. Es ist nicht dunkel. Nö, ich will bleiben hier oben. Ne, okay. Was ihr dort unten macht, das ist eure Sache. Hat jemand ein Feuerzeug? Ja, warte, Yoshi, Yoshi, ich baue kurz Gravel ab, dann... Ne, komm, setz dich, setz dich, setz dich. Ne, du denkst, lass mal schlafen. Ja, lass mal da rein. Schlafen, alle schlafen. Alle schlafen. Alle schlafen. Ich liege. Also, die ersten paar Folgen wollen, wie immer, das Minecraft-Standard sein. Ja, genau. Was ist, wenn ich mit einer Achse in euer Haus gehe? Hä? Hä? Witzig. Was? Was? Wischte, ich hab mit dem Baum geredet. Und Baumräder? Ja, ich bin Baumflüsterer. Gut, da baue ich jetzt dafür Tachos-Better. Das ist meins. Hä? Ups. Hä, nee. Doch. Nein. Händen wir an ihn einzeln. Doch. Ein. Doch, du. Nein. Warte mal, Daniel. Ach, wo ist der Abgang? War Abgang. Also, anscheinend wird unser Haus aus Tropenholz gebaut. Ja. Jetzt hätt ich grad fast Scheiße gebaut. Jetzt hätt ich grad fast mit der Axt abgeboten. Ach so. Ich sag euch dann noch ein bisschen hier. Genau, Wither. Also, ich hätt jetzt gesagt, wir bauen so eine Art Neuro hierhin. Dass wir praktisch auf Stelzen stehen. Okay, ich hab noch ein bisschen Dschungelmutter. Dass die auf jeden Fall mindestens zwei Blöcke vom Boden entfernt sind. Das ist gut. Ja, genau. Das mein ich ja. Ah, genau. Dann können wir über eine... Äh, wollen wir mit elf Eis und soll die schon schmelzen? Äh, die acht, äh, acht Eisen kann sich spätchen. Ähm, ja, einfach schmelzen dann als Pickaxe zum Beispiel. Ja, ich mach grad die Rubbertrees fertig, aber anscheinend ist an dem wieder nix dran. Das ist schade. Oh, schick, schick. Das find ich gut. Wo, wo seid denn ihr jetzt? Ich bin bei den Robots. Ich bin in den Süden gegangen. Ich komm auch gleich wieder. Ach, da drüben. Uh, David winkt mal. Wo sind die anderen zwei? Oh, das sollten sie... Äh, die anderen zwei, die sind hier oben auf dem Baum so. Ach, da geht ne Leiter hoch. Mal gucken. Oh Gott, Yoshi, komm doch, schnell alles zubauen. Versteck das Weed, versteck das Weed. Yoshi, der alte Schnorre, komm. Kann ich auch wieder was haben. Ich will wieder das mal teilen. Nichts. Was machst du? Aua. Voll. Weißt du, ich baue mich ein bisschen runter, total akribisch, und dann falle ich erstmal den Rest. Da. Na ja, schöne Aussicht. Ja, nie runterfallen. Ja, nie runterfallen. Batsch. So, tja, aber ich hab mir schon mal so gebaut. Ich hab den Abgang gebaut, ja. Abgang. Yay, Geronimo! Ohhhh, geil, wer kann von euren Haus kommt. Hilfe, er will was mit mir kuscheln. Nnnnennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennenn hallooo. Hallo. Nicht zu laut. Hallo Yoshi. Oh, der Kuchen hat's wieder gemacht. Ich hab den Creper mal für betriebstechnische Spend coursen. Den subscribers erwarten vielleicht. Wir sind Untermenschen. Wir sind Untermenschen. Wie sind die Wallops? Oh shit, was sollt der am Waypoint machen? Ja, ein Waypoint war nicht schlecht, ne? Ja. Markierst du's mal aus Home? Ich mach da so einen Waypoint Aufgang 1, damit ich merke, wo der ist. Aufgang... 1. Ähm... Ähm, zieh, drückst du einfach zieh. Ich weiß. Sonst machst du deine Ruhe. Oh man. Darum, wie viel Kohle brauchst du? Ich hab schon Gold. Hab ich abgebaut. Aus der Kiste? Ja. Also ich hab die Kiste abgebaut. Ehe, wir mach ich mal Aufgang 2 hin. An und unten arbeiten sie alle. Können wir von der Umfrage abschießen. Vor allem diesen David. Was? Ne, also einen braunen Waypoint brauche ich nicht. Kann ich nicht los machen? Ähm, auf Deleten. Ähm, und dann aufgang 2 aus. Oder ne, warte mal vorbeendern. Warte mal, ich kann einen anderen Waypoint machen. Ja klar. 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 Nein. Ich hör' euch gern zu. Aber nicht so. Iiii! So, jetzt laufe ich natürlich... Ne, ich laufe in die richtige Richtung. Ach, dort ist der Aufgang? Oh, leck mich am Arsch, ey. Ja, los. Okay, versuchen wir nicht zu bauen, dann platzieren wir unsere Betten, ja. Los. Ja, bräuchst du nur mal ein Dach auf dem Schädel, ne? Ach, hier kommen eh nur streiten. Außer Fliegerbomben. Ich hab ein bisschen Holz mitgebracht. Äh, Jog, klar. Versuch bitte nicht den ganzen Dschungel niederzumachen, sonst steht da kein Dschungel mehr. Ich, ich wollte ja sowieso jetzt noch ein bisschen Holz, äh... Äh, und versucht Aussicht... Ja, aber versucht Aussicht nach, ähm, Rubbertrees immer zu halten. Also, die einmal abbauen dann endlich. Ah, so passt das tun. Ich pflanz schon wieder neu an. Wir müssen das jetzt mal hinkriegen, dass hier vor dem... vor dem Haus noch irgendwas ist, sonst... vor allem nämlich, dass jetzt dann runter... das mal. Hat jemand bildet Dschungelholz? Du willst ja ein Dschungel und freist doch ein Dschungelholz. Doch. Wie wirst du mal mit arbeiten? Äh... Arbeit? Ich denn nicht. Hä? Ah, Toni. Ich hab gerade erst meinen Antrag auf VZ4 ausgefüllt. Hehehe. Toni, soll ich unsere Betten zusammenstellen, oder? Nein. Hehehe. Hier ist der Ausgang. NW... Mach dir mal einen Waypoint hier in Ausgang 1, hab ich hier einen gemacht. Das müssen wir nur wissen, wo's weitergeht, ne? Ach ja. Waypoint... Ach, mit der Zeit lernen wir das schon. Kommst du? Ach, da liegt noch Fleisch. Ach, schnau. So langsam krieg ich aber auch Probleme mit dem Essen. Deswegen geh ich ja farm. Oh, scheiße. Super. Ähm, das war blöd. Was? Das hat Fell kaputt gemacht. Ich bin langgegangen und auch einmal ist mit der Baum in mir gespawnt. In dir gespawnt, der Baum. Hier muss man lang können. Ich war schwanger mitten im Baum. Hinter dir. Hinter dir. Bratenes Schwerenfleisch, davon brauche ich jetzt ein bisschen was. Ja. Wenn mal... Wenn mal... Na, mir ist... Ah, wenn wir nicht tun sich was würde. Wollen wir... Wollen wir das Holz hier abbauen, wo wir grad drunter stehen? Hahaha. Die bauen alles wieder ein. Wenn wir fast wieder ab. Mensch, hab ich da grad was hingesetzt. Das Haus, das hab ich nicht genehmigt. Es müsste dann abgebaut werden. Ja, ja. Okay. Danke. Ich finde das nicht so gut, wenn das aus rohem Material gebaut wird. Aus Rohholz. So, einmal abrutschen. Fleisch. Hab ich jetzt schon. Du musst doch mal ein bisschen Kakao holen. Kakao? Brauchst du nicht? Kakao. Kakao. Ach ja, da können wir ja 8 Weizen draus machen. Was ist das? Kakao? Also 8 Brot. Also es gibt Kakao hier ja. Da können wir Kekse draus machen. Ja. Richtig. Kefstisch. Also kann Kakao abbauen. Oh Yoshi einem ist wieder Legal navigating. Zum Webens, ich bin jetzt so gewöhnt. Hä? Ihr sollt Lazar und Legal Services ver conditional. Okay. Zeige ich Dir noch ein Video. Ja, kannst Du dir eine Charter downloaden. Nööööööö. Hört ein Junge wissen? So. So, ich will grad wissen, was hier Cookie oder Kekse ist. Äh, das ist Englisch, also hier ist Cookie. Du bist Quid, so ein Rot. Oh, so ein Scheiß. Hier ist Cookie. Ja, wie damals, nur mit Gummi überzieher. Oh, wir sind schon wieder durch. Ähm, Niveau, wir sinken. Und wir sinken. Okay, bis später. Was, sind wir durch, oder was? Ja, klar. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.